Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, hält eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf EU-Ebene nicht für möglich und grenzt sich einmal mehr von den Freiheitlichen ab. Nennen Sie mir einen Punkt auf Europaebene, wo ich mit der FPÖ zusammenarbeiten könnte. Die FPÖ verunmöglicht das. In Umfragen führt die FPÖ bei der EU und bei der Nationalratswahl seit Monaten. Bei ÖVP und SPÖ sieht es derzeit nach einem Rennen um den zweiten Platz aus. Europaweit drohe ein Rechtsruck, meint auch Lopatka. Jetzt ist jedes Wahlergebnis selbstverständlich zu akzeptieren. Nur ich halte es für meine Verpflichtung, vor den Wahlen darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen so ein Rechtsruck haben könnte. Wir können den Nachweis führen, dass sich der Beitritt zur Europäischen Union gerechnet hat. Für jede Einzelne, für jeden Einzelnen von uns. Und jetzt davon zu sprechen, dem Irrsinn, dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Also in der Millisekunde würde ja der Herr Wilimsky auf diesen roten Knopf gerne treten. Das Europäische Parlament als Irrenhaus abzutun. Zu plakatieren, dass die Europäische Union ein Kriegstreiber sei und dass auch hier dieser Wahnsinn zu stoppen sei. Das zeigt einerseits die Gefahr, die hier schon latent vorhanden ist, nämlich mit einer Stimme für die FPÖ die Europäische Union zu schwächen. Aber auch schon vor dem Wahlkampf hat die FPÖ zweimal hier im Parlament den Antrag eingebracht, unsere Beitragszahlungen an die EU auszusetzen. Als Brexit passiert ist, ich hatte damals den Vorsitz in unserer Freundschaftsgruppe, in der österreichisch-britischen Freundschaftsgruppe. Das war für mich der traurigste Tag, seit Österreich in der Europäischen Union ist. Für die FPÖ war das ein Tag des Jubels und sie haben sofort danach im Parlament den Antrag eingebracht, dass eine Volksbefragung stattfinden soll mit dem Ziel des Austritts. Das wäre der Wahnsinn, das wäre der Irrsinn, käme es zu diesem Öxid. Das wäre ein massiver Wohlstandsverlust und auch ein Sicherheitsverlust für Österreich. Über die Rechtsfraktionen in der EU generell, meint Lopatka. Wenn man von den Rechtsparteien redet, dann redet man von einem zu strittenen Haufen. Ich kenne das aus dem Europarat, weil die sind auch dort unterwegs, diese Parteien. Allein die Frage, wie sie sich positionieren im Krieg, den Putin in der Ukraine begonnen hat. Riesige Unterschiede, riesige Unterschiede. Und das ist schon eine Schlüsselfrage auch in den nächsten Jahren. Seine Partei, die ÖVP, will Lopatka bei der Wahl zur mandatstärksten Partei machen. Wir sind Teil jener Fraktion, die bei allen Europaparlamentswahlen das größte Vertrauen bekommen hat, die Europäische Volkspartei. Das ist immer ein wichtiger Teil. Aber im Vergleich zum Beispiel zur CDU und CSU-Fraktion waren wir natürlich immer ein kleiner Teil unserer großen Fraktion. Und da gilt es auch, hier mandatsmäßig den Beitrag zu leisten, dass wir europaweit Erste bleiben können. Also mein Ziel ist es, dass wir in Österreich mandatsstärkste Fraktion werden. Und das zweite Ziel, dass wir europaweit auch wieder das größte Vertrauen aller Fraktionen bekommen. Also ich habe ein zweifaches Wahlziel. Einen Spitzenkandidaten für die Europawahl zu finden, war der Volkspartei anfangs nicht ganz leicht gefallen. Lopatka sieht sich aber nicht als Notlösung. Die ÖVP hat Gott sei Dank immer für wichtige Funktionen mehrere, die hochqualifiziert sind. Und bei den Europaparlamentswahlen war es auch so. Daher war es für mich ganz klar, als ich gefragt worden bin, hier Ja zu sagen. Warum? Schon seit meiner frühesten Jugend war Europa ein Herzensanliegen, eine Herzensangelegenheit von mir. Die EU-Klimaziele hält der ÖVP-Spitzenkandidat mit dem von seiner Partei geforderten Weiterbestand des Verbrenners für erreichbar. Das ÖVP-Motto, Klimaschutz mit Hausverstand, will Lopatka nicht als Absage an die Wissenschaft verstanden wissen, die überwiegend mehr Anstrengungen zum Klimaschutz einfordert. Ich möchte die Freiheit der Wissenschaft, ich möchte einen technologieoffenen Zugang. Ich möchte, dass nicht die Politik diktiert, es gibt nur eine Lösung, Verbrennermotor, Elektroautos. Es gibt nur mehr ab 2035 das Elektroauto. Und ich schließe von vornherein andere Lösungen aus, die zugegebenermaßen im Jahr 2024 noch deutlich kostspieliger sind, E-Fuels, Wasserstoff, aber jetzt schon technisch möglich. Ich möchte, dass das Ziel ganz klar von der Politik vorgegeben wird. Also kein Abweichen von den Klimazielen, erster Punkt. Zweiter Punkt, kein Abweichen vom wissensbasierten und an der Wissenschaft sich orientierenden Zugang. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also mit Klimaleugnern habe ich aber absolut null zu tun. Nicht die Hand ins Feuer legen will Lopatka für eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.